Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Landwirtschaftensimulator 2017 als Forstprojekt zusammen mit dem McManus. Ich kann nicht bis nach links gucken, das ist ein Problem. Ja, jetzt lauf, äh, nimm ihn. Kade hoch. Ja, und jetzt einfach nach drüben laufen. Einfach rüber laufen. Warte mal. Ja, habe ich jetzt gesagt zusammen mit McManus? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall mit McManus. Oh, der setzt den immer wieder ab, ey. Hm. Jetzt so. Ja. Hab mal ne... Warte mal, kurz mal was schauen. Vielleicht würde das funktionieren. Ich bin eigentlich... Was drauf. Jetzt ist nur die Frage wieder wo. Oh. Ähm, warte. Hier. Hier. Was machst du denn jetzt? Weiß nicht, ob es funktioniert. Ach so. Zu niedrig, ne? Ja. Ja, schade. Zu niedrig? Zu niedrig, ja. Ja, zu niedrig. Fuck. Wäre eine gute Idee gewesen, ja. Mann. Warum ist das zu niedrig? Ähm, für was ist denn das Teil dann sonst? Ich denke für den großen Häcksler. Oder? Hm. Ich glaube für den, ähm, Jens, BA-725. Dafür könnte man den gut nehmen. Oder den HEM. Hm. 183. Wo sind die? Bei Forst, ne? Ja, bei Forst. Und aber keine Mods. Ja, BA, ja. Shit. Ja. Hätte ja klappen können. Wo wir gerade mal hier sind, wo haben wir denn hier platzierbare Objekte? So, Turm. Was hat das? Heizkraftwerk. Was kommt denn da rein? Wackschnitzel. Schade, schade, ey. Och, Mann. Bisschen niedriger, äh, dann hätte das super funktioniert. Kannst du den nicht weiter im Boden einfach rein, äh, setzen? Ne, leider nicht. Das geht leider nicht. So, warte mal. Dann stellen wir uns hier wieder daneben. So. Hattest du den Big oder den Small genommen? Small. Okay. So, die Länge. Ja. Hätten wir mal 133.000, ey. Für den anderen Häcksler? Ja. Für den stationären, den man platzieren kann. Ach so, na, den können wir ja dann ins Holzlager mit einbauen. Ja. Was los? Da unten, wo es immer ist. Wo ist der Schlüssel? Na, warte. So, was habe ich dann in der Garage stecken lassen? Ich bin mir nicht sicher. Was weiß ich. Bisschen vor. Ja. So. Wir brauchen echt noch irgendeinen Frontlader. Ja. Kannst du mal gucken, äh, was mal günstig als alternative, Frontladertechnik, was wir nehmen könnten? Ich schaue mal, ja. Oder ob wir vielleicht, äh, schauen wir mal, ob wir noch einen Mod, äh, dann mit reinnehmen. Irgendeinen Frontlader bräuchten wir auf jeden Fall. Ja, Leute, äh, nicht wundern, äh, ihr habt ja in die Kommentare geschrieben, wegen dem, ähm, wegen den, unseren Namen und so weiter und so fort. Wir können das dann erst in der nächsten Aufnahmesession auswerten und umsetzen, natürlich. Ähm, das heißt mal, diese Folge und die nächste wird noch auf jeden Fall, ähm, ähm, äh, also die Woche quasi abschließend, äh, wird noch ganz normal laufen. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen und ob wir das irgendwie umsetzen können. Ist ja natürlich eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, vielleicht den Fendt, 300er Vario. Den 300er da? Ja, weil mit... Ist dann kleiner. Ja. Sonst wird es nur noch kleiner. Ich hab ja noch ein Deutsch gesucht, aber da fängt ja erst an, hier mit der 9er Serie. Ist das denn bei Mods, haben wir da nix drin? Nix, da hat ein Braum, das, ne? Wir haben da den Valtra, aber 295.000. Dann haben wir noch den Lamborghini in Forst-Tuning, 217.000. Dann haben wir noch den K700A, 78.000. Aber der hat natürlich keinen Frontlader. Ansonsten, ja, jetzt geht's mit Preise, ne? Von dir hätten wir nochmal denselben für 195.000. Von dir, den haben wir noch nicht. Du fährst doch gerade nicht. Das ist nicht der, den wir haben. Ne? Also, okay. 6R. Ja. Doch. Doch, da ist der. Ja, wieso steht da ne 0 da? 6R. Stimmt, warum steht da ne 0? Ach, ne, 1. 1, 1, 1, 1. Ich darf das Haus gucken. So. Hm. Wir haben ja eigentlich die Bergziege nicht. Doch, die Bergziege haben wir auch drin, ne? Wo denn? Bei Forst. Ach so. Ah, das Problem ist, die Bergziege kostet 375. Oh ja. Weiß nicht, ob es sich vielleicht lohnen würde, dass wir uns als nächstes den Kran holen. Äh, den Bagger holen. Den Ponser Fuchs MHL. Stimmt, das wäre auch noch, ja. Den könntest du ja hier gescheit auch dann schon verladen. Ja, ja. Der Fuchs MHL, ja. Der wäre was. Wie viel Hackschnitzel haben wir drin? Ähm, ich habe hier keinen Trecker dran, kann ich dir nicht sagen. Wir brauchen einen Trecker, das nützt alles nix. Haben wir noch Credit? Äh, einen Moment. Nee, wir können nur noch zurückzahlen. Wow, lol. Ja, dann müssen wir, ähm, warte mal, dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir, ähm, müssen wir hier ein paar Stämmel direkt in den Seeglash reinballern. Würde ich auch sagen. Dann müssen wir aber hinten das Ding holen. Ja. Dann nehmen einfach mal hier den, ähm, Johnny. Ja. Da direkt mal hinter. Ja, ich lasse dich dir noch eben das Ding da wegmachen, wenn du es. Achso, nee, dann nimm den anderen. Achso. Achso, nee, das ist doof. Ja, dann nimm den, Johnny. Ja. Da haben wir auch nicht überlegt, dass er kein Frontlade hat, ey. Ja, ist jetzt nicht so dramatisch. So. Aber schnell hoch, komm gleich wieder da. Ja, ja, mach. Nein, den Schmutz. Denk mal, hier werden wir auf jeden Fall ein bisschen was rauskriegen. Ja, Hackstütze liegen da ja auch noch auf dem Boden. Auch noch aufladen, ja. 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 Siegt. Siegen. So. Einmal 10 Meter. Einmal 10 Meter. Abfall hier. Was? Doch hat er gesehen. Ich wollte es gerade sagen. Das wäre es jetzt gewesen. Soll ich mal so einen langen reinziehen? Ich glaube ich ziehe mal so einen ganz langen. Haben wir nicht, warte mal, wir haben doch den. Haben wir nicht den. Ja. Wir haben da hinten den Greifer. Wo ist der denn? Der steht auch noch hier oben. Oh lol. Du kannst ja auch vorne dran hängen und überall. Ja. Wenn nicht, haust du hinten drauf gleich. Auf den Anhänger. Kriegt man schon irgendwie wieder runter. Kriege ich alles mit, ja. Kriegst du alles weg? Ja, bis auf ein Gewicht. Ne, warte mal. Das kann ich fast. Ah, das kriege ich auch nicht mit. Naja, das recht. Da kriege ich doch nicht alles mit. Warte mal, jetzt haben wir 28.800. Achso, ich soll ja mal nur den Allrad anlassen. Ich finde es sehr spannend. Wow. Hat jetzt 2200 gebracht, der eine Stamm? Lol. Boah, der hat viel gebraucht, ja. Trotzdem einige in den See schmeißen. Ja. Ja gut, da muss man noch einmal hochfahren, das Fass und das Gewicht holen. Ja. Ist ja machbar. Oh, komm schon. Du Bitch. Oh. Wollte mal ein Glas, ey. Kötz mich gerade übelst an, ich hab kein Glas. Warum ist denn los? Hast Durst? Ja. Klingt aus der Pulle wie jeder normale Mann. Ich mein, ich geb dir ja recht, ne. Aber weißt du was, weißt du woraus die Muschis trinken? Aus was? Aus Dosen. Ach, als Maul, Alter. Alter, wie der Maul. Die Schwachen. Der männlichen Bevölkerung. Immer wieder bemerkenswert, wie auch die Frauen abkriegen. Das muss doch so ein Mitleidsding sein, oder? Glaube ich nicht. Ne? Ne. So. Na gut, bei dir kann es echt sein, du hast ja dusselig gequatscht. Ja. Könnte sein, ja. So. Wäre wieder so ein Megastamm, ey. Kriege ich den jetzt da drüber? Ich weiß nicht. Oh, warte. Den, genau den Greifer brauche ich da. Aber eigentlich könntest du jetzt mit dem arbeiten. Weil du hast ja keinen Frontlader. Genau. So 33.000. Oh, 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 halt da ran. 31.000, das ist eine gute Zahl. Können wir direkt sehen, wie viel. Kommen wir verab das Ding. Ja. Ich seh's, ja. Warte mal, ich fahr mal von der Seite ran. Vielleicht können wir den da so reindrücken. 5, äh, 2, 2. Ja, nice. Gab's. 2, 2 gab's. Komm, du kannst mir den Teil, kannst du richtig lang rausziehen. Hab ich vor. Muss mal gucken, wo du den Hänger hinhaben willst. Ähm, wir schmeißen die erstmal hier direkt in den See rein. Achso, willst du gar nichts ans See wegbringen? Erstmal nicht, nee. Okay. Müssen, äh, sowieso mal... Wow. Nimm den nochmal auf. Äh, ich würde sowieso mal gucken. Moment. Werk, sie weg. Ah, ja. Okay, hier oben müssen wir auch mal die Holzpaletten abholen. Ja. Und Hackschnitzel ist auch fast voll. Echt? Ja. Ja. Hackschnitzel fast voll und die Holzpaletten müssen wir abholen. Was ist denn jetzt hier? Ja. Einige wisst, was vielleicht noch oben liegt. Aber ich glaube, du bist auch ein bisschen im Boden gebackt, oder? Ja, ja. So, die Lang zieht Füßi raus. Genau. Jetzt hab ich mir genau den... Hast du natürlich wieder ganz dezent den Hänger in den Weg gestellt. Ohne Scheiß, wollte ich gerade sagen. Jetzt hab ich mir den Hänger hier in den Weg gestellt. Komm, fahr weiter. Okay, zack. Du hast hinten dein Gewicht dran, da kriegst du eh nicht dran. Ich komm nicht um die Ecke. Jetzt, komm rum. Rum? Ja. So. Der mal labert, ey. Kein Problem für mich, junger Gewicht und Anhänger. Hat nämlich unten die Anhängeraufnahme. Okay. Außerdem, Bobo, kannst du das Gewicht nach oben machen. Trimmt. Aber wir sind doch am Ende unserer Folge, meine lieben Freunde. Bin auch wirklich am Ende, ey. Wer hat's euch gefallen hat. Das Like nicht vergessen bei Manus vorbeischauen. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.